ja ist so leicht ist jetzt das sind 166 immer hilfe was zur hölle war das super feuerbauts kein kommentar was auch immer das staats können ich kann nicht auf euch springen was bin ich denn für mario alter wieder mal sterben bitte was anders eigentlich als darstellen gegner gegner und tot drei leben nur noch um acht stoffen die punktzahl ach ich liebe was der hölle naja ja komm macht ihr nicht ins hemd auch das sind zu viele gegner hilfe zu viele gegner barbaba bababa war da feuer sein schild und was acht decke zu hoch da ist neben das will ich mir was soll das leben darstellen und nicht tot ich dachte schon für dich springt hinweg was soll das eigentlich darstellen vier vier etwas keine fließe aus mario universum alter der spon die direkt hinter dem teil leben unterholen super direkt beim leben geil ne ich bin ja voll der profi ich hab das gefühl dass würde ich mir springen besser bewegen haa verdammt geht mir bloß weg 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 die sonnen geräusche sind irgendwie auch seltsam auch das stehen die fiecher in der westen mann ist das mal das hat ja vorher nicht hatte spiel mario was der posten ja ich bin direkt immer zu da das ist klar klar spiel das ist ja mein typisch so ein spiel irgendwie war ihr war ja neben das würde ich mir wie komme ich denn da rüber ohne zu verrecken ich mache einfach mal dauerfeuer und sterbe dadurch gleich ja ich wollte eigentlich hoch springen egal so ich will da hoch ein alter ich komme ich denn da jetzt hoch ohne immer zu getroffen zu werden hallo geht doch so ich mag das mikrofon ein bisschen zu weit jetzt gehabt was soll ich ja darstellen warum bin ich das internet die grafik ist für c64 feld ist irgendwie auch nicht gerade so berauschend über sich das falsch naja wie kann ich solche musik ich stecke mit der mit der mit der mütze im fels fest dauerfeuer 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 die doch da was passiert wenn ich an die nichts wenn ich an die felsen kommen oder was naja waa Hilfe Hilfe verdammt ist das sport sport und die denn immer zu da das ist doch ein alter ihr aber heute geht mir so auf den sack ist sie das ich habe nur noch viel leben das ist immer so direkt das bohren müssen muss man da immer so dauerfeuern genau und das ist das ist natürlich ein laserfeuer und kein feuerball ach egal ich frage es nicht ja und so eine stelle hatte ich auch ich würde nach links danke leck danke fraps und dann hast du es wieder nur eine neue datei eingelegt und hast du es dann geleckt ich bräuchte mal wieder die hebe hin was ist das ein tor ich geh mal hin ja ihr könnt mich also halt mal hallo bekomme ich das auch das ein blitz oder was soll das darstellen ach ja pack den alles das dem schaden gemacht hast und ich werde schon wieder tot bin ey alter das gibt es doch nicht hier das ist doch verarsche ich geh mal nach unten ich hab mich schon wieder getroffen worden von gerade spawnen in den Vieh oh alter das gibt es doch nicht ich kann mich hier nur schrittweise sofort bewegen so rauf komm ich das eigentlich rüber 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 gerade noch so mich aufsprungkraft aber auch mal besser aha ach hier ist ein leben bam vom mitte leben sehr gut das spiel kann da müssen musik und damaligen gebrauchen ich habe mich also dumm das sind nur geräusche und tipps nein nicht noch mal springen bitte und hübser war alter und so viel eingesprungen super da gibt mir geht geht das sind kuppers schildkröten was ist das ja gesteben was kitu an der welt so dass andere heißen kitu an der wird geht mal weg bitte mit mutter werden schon 240.600 sondern 43.000 nicht sterben dazu hilfe auch alter kuppers geht ja mal bitte alle weg eine komische wolken oder was das darstellen soll und nein 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 nicht schon wieder freiheiten dass sie immer zu sparen müssen wird dadurch nicht was anders einfallen lassen können gott ist das nirg ich habe doch das tor wenn ich erst nach links gehe und die riecher nerven auch nicht so verhält ich mich immer so komisch hilfe das mario spiel das ist noch nicht mal von nintendo das ist nur irgendein heck ok bin ich das in dieser ominösen an der wird ok soll ich das unter jumpen oder was kann man das doch nicht irgendwie kaputt machen oder so auch ja genau auch ja genau wasser was war hilfe wasser viecher nein noch im wasser viecher 1966 mhm ja genau Ach, ja, alles klar. Das hasse ich so, wenn ich heute direkt spawnen bei einem. Das ist so unfair. Äh, lass mich in Frieden. Oh, ja. Alter, das ist so eine Scheißstelle hier. Ja, lass mich, lass mich in Frieden. Geht doch. Und noch mal das gleiche Spiel. Lass mich in Frieden. Ist das links tot? Hm. Oh. Ähm. Ja, wenn du meinst. Warum machen da jetzt so komisch einen Grafikitsch? Oha. Ich dachte, das sollte ich lieber nicht reinfallen. Hab ich das Gefühl, sagte ich doch. Und ich glaube, ich bin Game Over. Wups. Wups. Na super. Toller Kommentar. Äh. Spongebobus 3. Warum der Spongebobus 3 ist noch gut. Wir sehen uns beim nächsten Spiel. Danke. Ja. Vielen Dank.